Im Rahmen der Winkelberechnung in der Vektorgehometrie werden wir uns in diesem Tutorial die drei Fälle für die Schnittwinkel anschauen. Damit meine ich der Winkel zwischen zwei Geraden, zwischen zwei Ebenen bzw. zwischen Gerade und Ebene. Zuerst ein kurzer Überblick über die drei Schnittwinkelprobleme. Erstes Problem, der Winkel zwischen zwei Geraden. Das ist natürlich dieser Winkel hier. Bei dem Winkel zwischen zwei Ebenen, den kann man sich hier an dieser Stelle beispielsweise vorstellen, und der Winkel zwischen Gerade und Ebene wäre beispielsweise hier. Als nächstes schauen wir uns die Formel an. Die Formel sollte euch bereits von der allgemeinen Winkelberechnung bekannt vorkommen. Und diese Formel werden wir auch hier überwiegend anwenden. Im Vergleich zu der bereits bekannten Formel von der Winkelberechnung taucht hier eine kleine Besonderheit auf, auf die wir gleich eingehen sollten. Davor aber kurz zur Erinnerung den Aufbau dieser Formel. Im Nenner, wie bereits gut zu erkennen ist, hoffe ich, handelt es sich um die Längen der beiden Vektoren, die diesen Winkel einschließen. Und im Zähler haben wir natürlich den Skalarprodukt zwischen diesen beiden Vektoren. Im Vergleich zu der allgemeinen Formel für die Winkelberechnung tauchen hier im Zähler zusätzlich noch die Betragsstriche auf. Und diese Betragsstriche gewährleisten, dass der Winkel, den wir ausrechnen, immer ein spitzer Winkel ist, und zwar zwischen 0 und 90 Grad. Weil so ist es eigentlich bei der Schnittwinkelberechnung gewollt. Wie man jetzt die Formel bei den drei Schnittwinkelproblemen anwenden kann, sehen wir gleich anhand von Beispielaufgaben. Und hier ist die erste Beispielaufgabe. Und natürlich möchten wir an dieser Stelle den Schnittwinkel zwischen zwei Geraden bestimmen. Links haben wir zwei Geraden, die gegeben sind, G und H. Und zur Erinnerung, Geraden bestehen aus Stütz- und Richtungsvektoren. Wobei die vorderen Vektoren, die alleinstehenden Vektoren, die Stützvektoren sind, und die hinteren Vektoren, hinter dem Parameter T und S, die Richtungsvektoren sind. Wir haben auch gesagt, wir werden diese Formel hier rechts benutzen. Kurz gesagt, um die zu benutzen, brauchen wir zwei Vektoren A und B. Und diese Vektoren, wenn wir uns das Ganze oben anhand dieser kleinen Planzskizze vorstellen, sind natürlich die Richtungsvektoren der Geraden. Also nochmal hier links mit rot eingeblendet. Und jetzt können wir mit der Rechnung loslegen. Zur Erinnerung, wir haben jetzt gerade festgestellt, oder festgelegt, dass das hier Vektor A ist, das hier Vektor B. Und theoretisch könnten wir jetzt alles in dieser Formel einsetzen, auf einmal das Ganze zusammenrechnen. Aber ich werde es jetzt stückweise machen. Das bedeutet, ich berechne erstmal den Zähler, dann den Nenner, und dann setzen wir alles in die Formel. Es ist einfach ein bisschen übersichtlicher. Also als erstes wollen wir dann Vektor A mal Vektor B. Das bedeutet, 4, 1, minus 1 mal 2, 0 und minus 1. Und Sklarprodukt bedeutet, wir multiplizieren jede mit jeder Koordinate und zählen danach alles zusammen. Also 4 mal 2 sind entsprechend 8 plus 1 mal 0 ist 0 und plus minus 1 mal minus 1 ist 1. Am Ende haben wir dann 9. Dann brauchen wir noch die Länge von A und die Länge von B. Fangen wir erstmal mit A an. Länge bedeutet Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat. Das bedeutet 4 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat und nochmal plus 1 ins Quadrat. Das Minuszeichen hier könnt ihr weglassen, es verschwindet wegen der Hoch 2. Und das sind dann 16 plus 1 plus 1 sind Wurzel 18. Das können wir auch so stehen lassen und müssen nicht unbedingt jetzt eine Dezimalzahl ausrechnen. Und die Länge des Vektors B ist dann entsprechend Wurzel aus 2 ins Quadrat plus meinetwegen Vorstelligkeitshalber auch 0 ins Quadrat und plus 1 ins Quadrat. Und das Ganze ergibt dann Wurzel 5. Jetzt haben wir Zähler und Nenner. Dann können wir alles in die Formel einsetzen. Entsprechend haben wir dann Cosinus von Alpha. Ist gleich. Die Betragsstiche oben brauchen wir gar nicht. Unser Zähler ist ja positiv. Also 9 durch Wurzel 18 mal Wurzel 5. Und jetzt kommt das eintippende Taschenrechner. Im Taschenrechner wird folgendes eingetippt. In erster Reihe Cosinus hoch minus 1. Das reicht hier entweder über die Taste Second oder Shift. Und dann das, was auf der rechten Seite steht. 9 durch Wurzel 18 mal Wurzel 5. Dabei solltet ihr nur auf eine Sache achten. Und zwar der Taschenrechner muss unbedingt auf Grad oder Degree umgestellt sein. Sonst kommen natürlich nur Blödsinn raus. Und wenn wir das Ganze jetzt in den Taschenrechner eintippen, dann kriegen wir einfach für Alpha nichts anderes als 18,4 Grad. Also das ist der Winkel zwischen dieser zwei Geraden. In unserem nächsten Beispiel wollen wir natürlich den Schnittwinkel zwischen zwei Ebenen bestimmen. Wir haben auf der linken Seite zwei Ebenen in Koordinatenform. Und rechts nochmal eine Planskizze vom Ganzen. Zur Erinnerung, wir haben auch am Anfang gesagt, den Winkel, den wir suchen, kann man sich gedanklich auch hier an dieser Stelle vorstellen. Das Problem ist, an dieser Stelle kann man ihn nicht berechnen. Die Ebenen sind unendlich groß. Wir haben dort keine Kanten, keine Vektoren und kein gar nichts. Deshalb holt man sich eine kleine Hilfestellung. Und zwar über die Normalvektoren. Zur Erinnerung, die Normalvektoren stehen immer orthogonal zu den Ebenen. Das bedeutet, den gleichen Winkel findet man auch wieder zwischen den Normalvektoren. Die Formel von vorher angepasst würde dann so wie rechts unten aussehen. Also wir nutzen die zwei Normalvektoren, um diesen Winkel zu bestimmen. Bezogen auf die zwei Ebenen Koordinatenformen, zur Erinnerung, die Normalvektoren sind einfach die Koeffizienten vor x1, x2 und x3. Also schnappen wir uns jetzt diese zwei Normalvektoren, die ich hier an den Ebenen mit Rot angedeutet habe und führen die gleiche Rechnung wie vorher durch. Heißt, n1, schreibe ich zuerst raus, hat dann die Koordinaten 3, 2 und minus 2 und n2 ist dann 1, minus 4 und minus 2. Als erstes berechnen wir natürlich diesen Skalarprodukt, n1 mal n2 und das heißt für uns 3, 2, minus 2 mal 1, minus 4, minus 2. Entsprechend haben wir dann 3 mal 1 sind 3, 2 mal minus 4 sind minus 8 und minus 2 mal minus 2 sind natürlich plus 4. 3 minus 8 sind minus 5, plus 4 ergibt minus 1. Dann die Länge des ersten Normalvektors ist dann entsprechend 3 ins Quadrat, plus 2 ins Quadrat und nochmal plus 2 ins Quadrat. Das sind dann 9 plus 4 plus 4, also 9 plus 8 sind Wurzel 17. die Länge des zweiten Normalvektors ist dann entsprechend 1 ins Quadrat plus 4 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat sind dann Wurzel 21 und dann setzen wir wieder alles in unsere Formel ein. Also, Kosinus von Alpha ist dann Betrag aus minus 1. Übrigens, Betrag aus minus 1 bedeutet natürlich 1. Wenn wir einen Taschenrechner eintippen, tippen wir nur eine 1 ein. Durch Wurzel 17 mal Wurzel 21. Zur Erinnerung, ihr müsst auch hier natürlich diese Kosinus hoch minus 1 Funktion nehmen. Ich deute es mal an, dann wird einfach die Zahl eingetippt und in diesem Fall kommt dann ein Winkel von 86,9 Grad raus. Und in unserem letzten Beispiel, also beim letzten Fall, der Schnittwinkel zwischen Gerade und Ebene, muss es leider ein bisschen anders werden. Zur Erinnerung, wir haben eine Gerade, links abgebildet eine Ebene. Und wir wissen bereits von den ersten zwei Fällen, für die Winkelberechnung nehmen wir von der Geradengleichung den Richtungsvektor und von der Ebene den Normalvektor. Wenn ich das jetzt versuche einzublenden in unserer Planskizze, wird das Ganze so aussehen. Also, der blaue ist der Normalvektor, dann der schwarze der Richtungsvektor und wir haben einen Winkel dazwischen. Aber ihr könnt wahrscheinlich gut erkennen, dass das nicht der gesuchte Winkel ist. Also, der gesuchte Winkel wäre Alpha und das wäre dieser untere Winkel. Naja, das Problem kann man auf zwei Weisen beheben. Entweder wir rechnen erstmal Beta aus mit dem Cosinus-Funktion, so wie wir vorher besprochen haben, und am Ende rechnen wir einfach mal 90 Grad minus Beta, weil der Normalvektor und Winkel von 90 Grad mit der Ebene einschließt. Oder wir erinnern uns an eine wichtige Eigenschaft der Sinus- und Cosinus-Funktion. Also, Sinus- und Cosinus-Funktion sind fast identisch, bis auf eine kleine Verschiebung um genau 90 Grad auf der x-Achse. Aus diesem Grund kann man an dieser Stelle statt Cosinus einfach Sinus nehmen und damit hat man automatisch den richtigen Winkel raus. Also, für die Berechnung brauchen wir dann Richtung und Normalvektor, wieder hier mit Rot eingeblendet, und jetzt können wir loslegen. Wie bereits angedeutet, ist dann R der Richtungsvektor der Geraden G, den schreibe ich nochmal kurz hier hin, und hat die Koordinaten 4, 1 und minus 1, und N ist der Normalvektor unserer Ebene, mit den Koordinaten 3, 2 und minus 2. Als erstes berechnen wir wieder R mal N, und das sind dann 4, 1 minus 1 mal 3, 2 minus 2. Rauskommen tut, 12 plus 2 und nochmal plus 2, und das sind dann zusammengefasst 16. Dann brauchen wir die Länge von R, Wurzel aus 4 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat und nochmal plus 1 ins Quadrat sind Wurzel 18. Länge von N sind dann 3 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat sind dann Wurzel 17. und am Ende schmeißen wir alles in die Form rein, das heißt, Sinus Alpha ist gleich 16 durch Wurzel 18 mal Wurzel 17. Diesmal mit Sinus hoch minus 1 im Taschenrechner eintippen und damit kriegen wir für Alpha 66,2 Grad raus. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass ihr auch die allgemeine Winkelberechnung kennt. Damit ist gemeint, wie man die inneren Winkel eines Dreiecks oder Vierecks bestimmt. Außerdem kann man die Winkelformel auch sozusagen rückwärts benutzen, wenn der Winkel gegeben ist. Wenn Bedarf, Tutorials zu dieser Themen sowie zu weiteren Themen aus der analytischen Geometrie findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.